Was geht? Willkommen auf meinem Channel, folgendes. Wir haben, wie ihr natürlich das jetzt erkennen könnt im Titel, ist das ja ein Gewinnspiel. Und zwar ein Tattoo-Gutschein im Wert von 500 Euro. Und was musst du machen? Heute ist Sonntag, der Beitrag zum Beispiel auf Instagram, der kommt erst am Montag. Bedeutet aber, du kannst hier jetzt schon mitmachen, denn es gibt sechs Anlaufstationen. Einmal YouTube, einmal mein Instagram-Account, der im Beitrag unten zu finden ist, sprich in meiner Informationsbox, nennt man das glaube ich. Dann, da ist auch die Facebook-Seite und immer so weiter und so fort. Das wirst du alles bei Instagram genauer noch sehen können. Ich werde es aber auch so glaube ich noch in die Beschreibung packen. Also im Endeffekt könnt ihr denn hier schon jeden Link folgen. So, ihr könnt überall mitmachen, überall kommentieren und liken ist natürlich das A und O. Hier bei YouTube zählt nur eins und zwar kommentieren. Das heißt, du musst hier kommentieren und natürlich Abonnent sein, ist ja wohl ganz klar. Ist ja wohl logisch, ist ja wohl selbstverständlich. Und ja, dann nimmst du schon an dem Gewinnspiel teil. Wenn du selber gar nicht auf Tattoos stehst und sagst so, nö, eigentlich hasse ich total Tattoos, aber hasst jemanden in deinem Freundeskreis oder irgendjemand aus deiner Familie oder deine Freundin oder sonst was, dann kannst du den Tattoo-Geschein, den du quasi gewinnst, auch verschenken und jemand anders geben, der ihn vielleicht eher braucht, der endlich mal wieder ein Tattoo haben will, ein professionelles. Das ist halt die Frage, das könnt ihr selbst entscheiden. Deswegen, ja, macht hier einfach mit, einfach kommentieren. Es ist eigentlich völlig egal, was ihr runterschreibt, denn das werde ich alles so auslosen mit Satim. Und ja, viel Glück wünsche ich an dieser Stelle. Bis denn, Antenne!